Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute direkt aus dem Bogensportretailbad in Eisenbach. Der Hubert und ich sind heute nach dem Mittag zusammengeguckt und haben uns überlegt, mir könnte er vielleicht wieder mal den Schwarzwälder Messerstammtisch wieder ein bisschen beleben und vielleicht auch Nummer größer machen. Also nicht nur für Fans und Gier-Junkie und Sammler, sondern vielleicht hat er da ein oder andere Händler Lust hier auch vorbeizukommen und einen Tisch mit seiner Auslage zu präsentieren. Und als Termin haben wir uns mal vorgestellt, nach der Phase, damit es im Wald wieder ruhig wird und noch vor der IWA zwei Wochen. Das wäre der Sonntag, der 25 steht Februar. Von morgens bis abends, 10 Uhr morgens, 18 Uhr abends, mal so als Kernzeit plus minus, haben wir ja keinen Stress damit. Wir haben den ganzen Saal zur Verfügung gemacht, gell? Der große Saal wird zugemacht mit den Türen und dann brauchen wir auch keine Angst, dass sich irgendjemand bedroht fühlt. Nein, genau. Können da noch richtig schöne große Teile mitbringen, mal gucken, was im Sortiment hat. Zwölf Tische, haben wir locker, gell? So haben wir locker, ja. Zwölf Tische, genug Platz für alle. Können natürlich auch als Sammler hier kommen, wenn er sagt, oh, ich habe so eine riesige Sammlung und will mir ein bisschen was abverkaufen. Warum denn nicht? Oder ihr wollt was tauschen oder einfach nur euren Messerkoffer mitbringen, damit wir was zum Anschauen, zum Begrabbeln haben. Ein bisschen Schwätze, gut essen, gut trinken, gut in die Küche dafür sorgen, dass wir nicht verhungern. So ist es. Kommt vorbei, ihr könnt uns sofort auch noch mailen, wenn es irgendein Problem gibt, eine Frage oder weg der Tische für die Händler. Was haben wir gesagt, machen wir mal kleine, klitzigleine Umkostenbeitrag für die Händler. Genau, 5 Euro, 10 Euro, je nachdem wie groß das ist. Kleines Taschengeld für kleine Tische als für den Verkäufer. Alle anderen natürlich kostenlos. Ist selbstverständlich, wie sehr ein Stammtisch, soll ja auch Spaß machen. Und dann würde ich sagen, wenn es noch irgendwelche Fragen oder Infos gibt, schreibt dann hillbillyatposteo.de. Ich werde es mir hier einblenden, das steht da unten in den Kommentaren, in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mich freuen, wenn da ein paar vorbeikommen zum etwas größeren Schwarzwälder Messerstammtisch. Wir werden natürlich auch alle da sein. BFG, ich hoffe, du bist da, ist ja wohl klar. Und wer weiß, wer sonst hier noch ein bisschen aufkreuzt. Dann probieren wir es wieder mal. Es gibt natürlich keine Garantie für volles Haus, aber ich sage mal, wenn wir nichts machen, passiert nichts. So ist es. Also wollen wir hier so ein bisschen kleine Schwarzwälder Stammtische aufziehen. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, Feedback, Kommentare von 13 in eure sozialen Medien. Würde mich freuen und für alles Weitere. Ihr wisst ja, wie uns erreichen könnt. Wer vielleicht schon am Samstagabend anreisen will, der Zimmerle, haben wir auch immer noch frei. Wer da vielleicht schon am Samstagabend kommen will oder sagt, ich will schon gleich morgens um 10 Uhr hier sein, habt eine weitere Anfahrt, Hubert hat natürlich jede Menge Zimmer- und Überlastungsmöglichkeiten. Dann meldet ihr euch da einfach beim Hubert und reserviert euch da der Zimmerle. Und da würde ich sagen, ich hoffe auf rege Beteiligung. Für einen schönen, gemütlichen GIO EDC LED Stammtisch am 25. Februar im Boga-Sport-Hotel Bad in Eisenbach. Prima. Also Freunde. Freuen wir uns. Ciao, bis dahin. Bye, bye. Bis bald.